Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von CUT. Heute ist Sonntag, der 21. Oktober 2018. Neben mir sitzt du immer, die bezaubernde Donja. Hallo. Und ich bin der Marco. Hallo. Ja, wir kommen gerade so ein bisschen durcheinander mit Wochentagen. Weil wir Urlaub haben. Weil wir frei hatten, genau. Eine Woche. Heute. Heute haben wir noch Urlaub. Und ja, da man ja dann quasi im Urlaub Dinge tut. Da ist jeder Tag Sonntag. Genau. Ja, nicht ganz, aber fast. Aber wenn man Dinge tut, die man halt normalerweise nur sonntags tut, hatten wir schon öfter das Gefühl, es wäre schon Sonntag. Und deswegen sind wir jetzt hier so ein bisschen durcheinander. Apropos Sonntag. Letzten Sonntag bereits. War das nicht Quatsch? Doch, das war letzte Woche. Letzten Sonntag. Letzten Sonntag, genau. Letzten Sonntag abends. Spätnachmittags. Nach vier. Vier, glaube ich, waren wir schon im Kino. Genau. Und haben uns was angeguckt? A Star is Born. Richtig. Und ja, wie ihr merkt, ist jetzt eine Woche lang nichts passiert. Wir hatten es uns schon vorgenommen, aber es ist ja Urlaub. Und wir wollten uns nicht unter Druck setzen lassen. Nein, bloß kein Druck. Am besten auch nicht von uns selbst. heißt, wir haben mal gesagt, nee, also wir podcasten dann, wenn es uns halt in den Kram passt. Und wenn wir keine Lust hatten, haben wir es halt einfach nicht gemacht. Genau. So sieht es aus. Und deswegen sitzen wir heute erst zusammen in diesem wunderschönen Sonntagmorgen. Die Sonne scheint uns ins Gesicht, wenn auch in die Fresse. Ich wollte es nicht. Ich habe auch so überlegt, ob ich Fresse sagen soll. Ja, aber es ist sehr kalt. Also aus den gekippten Fenstern kommt kalde Luft rein. Aber es ist ein schöner Herbsttag. Von hier drinnen sieht es sehr schön aus. Ja, malerisch. Der goldene Herbst. Ja, aber wir wollen über Star is Born sprechen. Ja, genau. Nicht über das Wetter. Nicht über das Wetter, genau. Und ja, es ist ja so, dass die ein oder anderen von euch haben es vielleicht mitbekommen, haben den Trailer gesehen, dass ja ein, wie nennt man so eine Art Film? Musikfilm. Ein neuer Musikfilm im Kino ist. Also nicht Musical. Nein, nicht Musikfilm. Genau, es ist ein Musikfilm. Nicht zu verwechseln, weil Musicals mag ich nicht. Und Musikfilme schon. Ja, von bei. Die Trennung jetzt auch. Also da ist ja jetzt nicht mehr viel weg vom Musical. Doch. Doch. Wieso? Es wurde nicht getanzt. Aber gesungen wurde auch. Ja, aber ein Musical, also für mich ist die Definition eines Musicals, dass Handlung über Musik erzählt wird. Ja, das stimmt. Wird aber auch teilweise. Ja, die Musik hat was, bezieht sich auf die Figuren, aber es ist nicht so, dass die Handlung durch Musik erzählt. Und das ist bei Musicals so und dadurch ziehen sich Musicals so in die Länge und wenn dir die Musik nicht gefällt, dann hast du ja da keinen Spaß. Deswegen. Naja, aber wir reden auch nicht über Musicals, wir reden über Musikfilme und wir reden über Star is Born. Und Star is Born ist jetzt nicht unbedingt ein neues Konzept. Nein. Und ich habe mal ein bisschen nachgeguckt, wie alt dieses Konzept ist. Es gab einen Film unter dem Titel Star is Born bereits 1937. Und zu deutsch hieß der Ein Stern geht auf. War von William A. Wellman, also dem Regisseur, mit Janet Gaynor und Frederick March. Und basierte aber seinerzeit bereits auf einem anderen Film aus dem Jahr 1932. Der hieß What Price Hollywood? Also der hieß noch nicht A Star is Born. Der war von einem gewissen George Cooke und mit Max Carey und Mary Evans. Und das war einer der ersten Filme, die quasi Glanz und Elend des Ruhms eines Filmstars realistisch dargestellt haben, also 1932 bereits. Und dieser Film von 1937, A Star is Born, Ein Stern geht auf, hat auch noch diese Hollywood, also hat auch noch in Hollywood gespielt. Da ging es noch um Schauspieler. Okay. Ja, also nicht um Musik, Pop und Rockmusik. Dann gab es 1954 ebenfalls eine Verfilmung unter dem Originaltitel A Star is Born. Heißt zu deutsch Ein neuer Stern am Himmel. Der war auch von George Cooke, der also den von 1932 gemacht hat. War mit Judy Garland und James Mason. Das war ein Musical. Dein Film. Mein Film und drehte sich auch noch um Hollywood. Also da war er, glaube ich, Regisseur oder ein erfolgreicher Schauspieler. Das variiert. Ich glaube, im Original von 1932 ging es um einen Regisseur mit Alkoholproblemen und ein dann aufsteigendes Sternchen, also eine Schauspielerin. Und ich glaube, 1954 war es auch so, dass es entweder war er ein erfolgreicher Schauspieler oder Regisseur. Also es variiert immer noch leicht. Ja, und dann gab es 1976, in meinem Geburtsjahr, dann A Star is Born. Der heißt auch im Deutschen so, ist nicht geändert worden, von Frank Pearson. Und da spielen die Hauptrollen Chris Christopherson und Barbaro Streisand. Und da geht es tatsächlich erstmals in die Rock- und Pop-Welt. Und da, glaube ich, zieht jetzt, um den Bogen zu schlagen, zu 2018, A Star is Born auch so seine meisten Parallelen raus. Ja. Ja, also das sehe ich auch so. Ich habe die Handlung jeweils nur grob überflogen. Ihr könnt euch das gerne durchlesen. Ich werde die Links in die Shownotes packen, zu den Wikipedia-Einträgen, zu den Filmen. Aber da geht es dann halt wirklich erstmals um einen erfolgreichen Musiker. Ich meine, Chris Christopherson singt er auch oder hat gesungen. Ich weiß nicht, lebt der noch? Hast du nicht nachgeguckt? Nein, habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Aber ich weiß, dass der auch so Country-mäßig unterwegs war, kann das sein? Kann sein, ja. Und, naja, da war es dann schon der versoffene Rockstar und das, ja, aufsteigende Popsternchen. Also das wäre ja eigentlich die einzige Version, die ich gerne mal anschauen würde. Ja. Ja, wobei, ja. Ich habe ein paar so Kritiken gelesen, die jetzt nicht so begeistert waren. Weil? Ja, weil die, irgendwie die Barbara Streisand, glaube ich, da sehr dominant war. Also man muss ja auch dazu sagen, das ist so die Ära, also 1937, 1954 zum Beispiel, das war so die Ära, wo die Regisseure eigentlich No Names waren. Da waren die Regisseure ja ein Vehikel für Produzenten und Stars. Die haben, deswegen kennt man da so wenige Namen aus dieser Zeit, weil die einfach keine, das waren einfach nur so Schachfiguren, ne. Die haben wir halt hingesetzt, weil das ein Job war wie jeder andere. So dieses, dass ein Regisseur tatsächlich einen Namen hatte und auch wirklich großen Einfluss auf die Produktion, das kam viel, viel später. Das kam erst so Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre hoch, ja. Und deswegen haben da auch die Stars immer noch sehr viel Einfluss auf die Filme und die Produzenten. Also viel mehr, als man das heute kennt. Und was man in den Kritiken liest zu diesem Star is Born von 1976 ist, dass die Barbara Streisand da mehr oder weniger die Regisseur an sich gerissen hat und dass man das wohl auch merkt und dass die Liebesszenen alle so spröde sind und die Chemie nicht so gepasst hat und irgendwie so. Okay. Ja, somit landen wir aber, wie gesagt, 1937, also 1932, wenn man diesen Ursprungsfilm da What Price Hollywood hinzunimmt, 37, 54 und 76 gab es das Ganze eigentlich schon viermal. Und dann landen wir beim Versuch Nummer 5, 2018, Star is Born, zu dem du uns jetzt ein paar Fakten erzählen darfst, wenn du magst. Ja, ich mag. Also der Film hat einen FSK 12 und er geht zwei Stunden und 16, was fand ich... Keine Minute langweilig. Nein, überhaupt nicht, gar nicht. Also das hat echt gut gepasst. Er hat mittlerweile eine Bewertung von 8,4 bei IMDb und einen Metascore von 88. Wird generell, glaube ich, sehr positiv aufgenommen. Ja, und er ist auch ein Favorit in der nächsten Oscar- und Golden Globe-Saison. Also wird er auch hoch gehandelt. Also das ist wohl der Oscar-Film schlechthin. Ja, wundert mich nicht. Ja, mich eigentlich auch nicht. Das ist ein ganz, ganz typischer Oscar-Stopp eigentlich. Ja, das ist wirklich so ein Oscar-Film schlechthin. Also der müsste schon einige Preise bekommen. Regie für der Bradley Cooper und das ist auch sein erster Film. Ich habe in den Wissenswerten, also in den Fun-Facts oder weniger Fun-Facts gelesen, dass er zu dem Zeitpunkt, wo er mit Clint Eastwood American Sniper gemacht hat, hat er schon angefangen, sich Gedanken über diesen Film zu machen und hat schon, ja, auch mit der Warner und mit Clint Eastwood wohl auch schon kommuniziert und Clint Eastwood hat wohl auch schon überlegt gehabt, aber irgendwie ist das jetzt so gekommen, dass Bradley Cooper diesen Film gemacht hat. Drehbuch hat geschrieben. Das ist seine erste Regiearbeit. Das ist seine erste Regiearbeit, genau. Drehbuch hat er auch mitgewirkt. Mit Eric Roth, der Insider, Forrest Gump, Benjamin Button, München gemacht hat. Dann den Will Fellers. Nee, meine Schrift wieder. Remember me, the lucky one, the best of me. Also der Will Fellers hat wohl dafür gesorgt, dass es noch ein bisschen die Schnulze mit reinkommt. Also wenn man sich die Filme und dann die anderen, da ist halt das Drama und da ist die Schnulze und Bradley Cooper in der Mitte und die drei haben dann so quasi zusammengewirkt. Die anderen Autoren der Vorgängerfilme sind natürlich auch aufgeführt gewesen, weil das natürlich so die Ursprungsfiguren, die Inspiration war. Kamera hat der Matthew Libertik gemacht, der auch bei Venom mitgemacht hat. Mother, Black Swan, Iron Man 2, The Fountain. Also es ist so auch so ein bisschen der Haus- und Hof-Kameramann von Aaron Daranowski. Mhm, okay. Genau. Den sieht man auch ganz kurz im Film. Und zwar ist er ein Fotograf. Okay. Ein Cameo. Naja, ich überlege noch gerade, ob mir die, können wir später nochmal ein bisschen mehr drüber sprechen, ob mir die Kamera jetzt irgendwie positiv oder negativ aufgefallen wäre. Auch nicht. Die ist, glaube ich, sehr zurückhaltend. Die ist sehr, sehr zurückhaltend. Weder gut, also es gibt ein paar Szenen, die ich echt gut fand, das erzähle ich aber später. Aber generell. Naja, das würde aber auch nicht passen. Also ich glaube, die Kamera hat sich einfach dem Film angepasst und erzählt einfach die Geschichte mit Bildern und das hat sie sehr gut gemacht. Genau. So, mehr habe ich da jetzt aber auch gar nicht mehr rausgeschrieben gehabt. Besetzung. Ja, das geht ja durch die Medien. Also egal, wo du bist, du wurdest ja von diesem Film bombardiert. Da gibt es Werbung ohne Ende, egal wo du hinschaltest. Genau, und die Hauptdarsteller sind Lady Gaga und Bradley Cooper. Lady Gaga spielt die Ellie und die hat schon auch mitgewirkt in Machete Kills, das wusste ich gar nicht. Ja, doch, doch, doch. Ja, aber den Film mag ich auch gar nicht. Also, Sin City 2 hat sie auch mitgemacht. Kann ich mich jetzt auch nicht erinnern. Den Film habe ich allerdings auch schon verdrängt. Ja, den habe ich auch schon verdrängt. Und zwar, die muss wohl irgend so eine Bardame, also so eine, so diese Cafés, diese American So eine Bedienung oder was? Ja, genau, eine Bedienung spielt sie. So ein einfaches Wort. Ja, und sie hat in zwei Staffeln American Horror Story hat sie mitgespielt. Genau, einmal im Hotel und das andere ist das Ronecky oder Roneck, irgendwie so. Und bei den Muppets hat sie auch mitgespielt. Den Film habe ich sogar gesehen, aber auch daran kann ich mich nicht erinnern, dass Lady Gaga dabei war. Ja, aber man muss aber auch dazu sagen, dass Lady Gaga, deren bürgerlicher Name mir nicht geläufig ist. Ich wollte ihn noch aufschreiben. Er hat irgendwie drei, vier Vornamen. Egal, unter Lady Gaga kennt sie jedenfalls jeder. Dass die Frau auch in meinen Augen oder in unseren Augen so extrem wandlungsfähig ist, dass es durchaus passieren kann, dass man sie irgendwo schon mal gesehen hat und nicht weiß, dass das Lady Gaga war. Meinst du? Also, ich finde das so krass, was die für ein Spektrum abdeckt. Also, was ihre Erscheinung betrifft, die ist da so wandlungsfähig. Das ist ja wie ein Chamäleon eigentlich. Ja, das stimmt schon. Und wobei sie halt, finde ich jetzt, wenn sie dann, wenn sie das zurückfährt, also auf ihre, in Anführungszeichen, natürliche Erscheinung reduziert wird, dass sie da halt auch, dass man ihr da halt auch so dieses Mädchen von nebenan Image durchaus abkauft. Ja, aber ich habe in diesen Funfacts dann auch gelesen, also, dass sie halt privat null diese Figur ist. Also, in ihr war das halt, ob das jetzt ihr leichtgefallen ist oder nicht, das stand jetzt nicht dabei, aber kaum war der Film abgedreht und man brauchte sie nicht mehr, dann hat sie ganz schnell ihre Haare wieder blond gefärbt. Also, nur um sich halt von dieser Figur wieder psychisch abzugreifen. Naja, gut, aber das macht ja auch dann letztendlich einen guten Schauspieler aus. Ja, das ist auf jeden Fall. Ich meine, sie mochte bestimmt die Figur, aber sie ist gar nicht diese Figur. Haben wir eh schon darüber gesprochen, dass, glaube ich, ein guter Entertainer oder eine Entertainerin wie Lady Gaga auch eigentlich auch eine gute Schauspielerin sein muss. Ja, muss ja, genau. Dann, der Bradley Cooper spielt den Jack und ja, den kennt man. Jack, Maine oder wie heißt der? Maine? Ja. Steht nicht dabei. Okay. Der ist bekannt bei Silver Linings, American Sniper, American Hustle, War Dogs, ganzen Hangover-Filme. Und das Synchronstimme vom... Crockett. Rocket? Rocket. Rocket, Crockett. Rocket. Im Guardians of the Galaxy. Genau, von Rocket. Dann... Also im Original. Ja. Sein Bruder wird gespielt von Sam Elliott und ist die Figur Bobby. Und den Sam Elliott kennt man aus The Big Lebowski, Draft Day, Up in the Air, Ghost Rider und in Hulk hat er mitgespielt. Dann habe ich mir jetzt noch zwei Figuren rausgeschrieben. Ich habe beim Ding mitgespielt. Ja, genau, Big Lebowski da. Ja, ja, den Cowboy, wo immer an der Bar die Dialoge mit dem Dude geführt hat. Und zwar, ja, das ist dann ihr Agent, der Res... Saffron. Saffron ist Raffi Saffron und der hat bei Tracer Snitch, Tintenherz und in der Serie Rom hat er auch mitgespielt. Und dann ihr bester... Freund. Schwuler Kumpel ist der Ramon, gespielt von Anthony Ramos. Der hat bei Will & Grace Monster Man mitgespielt. Ich habe noch dazu geschrieben, weil Bradley Cooper, also als Jack, wird ja umgeben von einer Band. Er ist ja ein Folk-Rock-Sänger, der auf... ja, ein sehr erfolgreicher und seine Band ist Lucas Nelson and the Promise of the Real und Lucas Nelson ist der Sohn von Willie Nelson und Willie Nelson ist eine Folk-Legende in Amerika. Ja, der sagt mir was, ja. 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 Und da hat der Lady Gaga auch gesagt, sie hasst es, wenn sie irgendwelche Filme sieht und da werden dann Lippen synchronisiert beim Singen. Also es sind alle Gesangspartien in dem Film sind live eingespielt. Ja. Also es ist jetzt nicht irgendwie was Playback eingespielt worden und somit musste Bradley Cooper halt auch... Live singen. ...Gas geben und halt das Lernen und halt genau dann auch natürlich live singen. Aha. Genau, also die haben sich wirklich, wirklich sehr viel Mühe gegeben. Merkt man. Im Vorfeld, ja. Ich meine, der Film, ich meine, wenn man sich überlegt, A Star is Born, American Sniper, war glaube ich 2011, also er hat sich jetzt schon sehr, sehr viele Jahre darüber Gedanken gemacht. Also ich glaube auch, dass er sehr viele Jahre auch in seine musikalische Ausbildung dann gesteckt hat. Ja, wobei, egal, wie es immer so ist, ich glaube so als Schauspieler, wenn du erstmal eine Karriere hast und er hat definitiv eine, das kann man schon sagen, er ist ja recht erfolgreich, wenn du da ins Regiefach wechseln willst, ich glaube, dass das gar nicht so einfach ist. Ist auch nicht einfach. Und dass du halt lange erstmal mit der Idee schwanger gehst, das ist sowieso klar, aber dann auf der anderen Seite, glaube ich, brauchst du erstmal so eine gewisse, so gewisse Verbindungen und... Ja, du brauchst ja auch die Rückendeckung vom Studio. Ja, Vitamin B einfach zu sagen, okay, dass da jemand hinter dir steht und du kannst das. Es wird dir halt als Schauspieler sagt, ich glaube, ich nehme das jetzt einfach nur mal an, dass kein Tag vergeht in so einem Hollywood-Studio, wo nicht irgendein Schauspieler daherkommt und sagt, er will Regie führen. Ja. Oder? Ja, kann ich mir schon vorstellen. Und deswegen werden die dem jetzt auch nicht einfach so die Millionen hinterher schmeißen, nur weil er Bradley Cooper heißt. Also eine Regie zu führen ist schon eine Verantwortung und... Ja, ich glaube, es liegt auch so ein bisschen... Also ich meine, wenn jetzt einer in Hangover-Filmen mitgespielt hat, dann daherkommt und sagt, ey, ich will Regisseur werden. Ich weiß nicht, ob da jeder Studio-Boss dann immer eifrig aufspringt, so, ja, das machen wir. Er hat sich aber schon als ernstzunehmender Schauspieler etabliert. Also ich finde... Aber die Rolle hängt ihm trotzdem nach. Ja. Ich sehe den echt gern. Wobei ich sagen muss, dass der im Original, ich weiß, eine sehr verwaschene Aussprache hat. Das hört man, also wir haben jetzt Star Is Born halt in der deutschen Synchro gesehen und ich finde seine deutsche Synchronstimme A sehr passend und B deutlich angenehmer als sein... Ich glaube, dass das ist so ein... Ich bin jetzt kein Profi, aber für mich klingt das sehr texanisch, sehr breite, sehr verwaschenes Englisch, sehr vernuscheltes Englisch. Ich weiß nicht, inwieweit das jetzt seiner... Kann aber auch sein, dass das sein Englisch ist für die Rolle. Seiner Rolle geschuldet ist. Ja, glaube ich schon. Aber ich glaube, ich habe... Also ungeachtet dessen, ich finde seine Stimme nicht so angenehm. Das hat jetzt weniger was mit der Aussprache zu tun, sondern einfach mit seiner... mit der Tonhöhe und ich weiß es nicht warum. Warum? Ich mag ihn, ich mag seinen... Ich weiß, dass er... Oder ich glaube, dass er was kann. Ja, aber deutsches Synchro war sehr, sehr angenehm. Ist jetzt auch nicht so, dass da so eine große... Das ist ja immer so die Schwierigkeit bei Musikfilmen, wo ja quasi die Musikstücke dann im Original... Die werden ja nicht synchronisiert, zum Glück. Wo dann vielleicht Untertitel eingeblendet werden. Glaube ich, waren deutsche Untertitel, oder? Aber nur am Anfang. Wo dann... Gegen Ende nicht mehr dann, oder? Doch, immer. Nein, nicht immer. Nicht immer. Nein. Bei den Liedern wurden immer Untertitel eingeblendet. Wenn die auf der Bühne standen, nicht. Hast du das gar nicht mehr mitgelesen, oder? Hä? Nee. Doch. Immer. Doch, Schatz, immer. Es wurden alle Lieder untertitelt. Ja, dann ist es ja gut, wenn du es nicht mehr wahrgenommen hast. Aber es sind alle Lieder untertitelt. Ich kann mich an ein paar Szenen erinnern, aber nicht alle. Ja, schon. Doch, wenn die dann auf der Bühne zusammen Shallow singen, dann ist nichts untertitelt. Nur am Anfang, wenn sie das Lied entwickeln. Wenn sie sich auf dem Parkplatz treffen. Da ist untertitelt. Ja, echt, aber bei den späteren Auftritten, ist ja auch egal. Jedenfalls, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass die nicht, dass die, weil das reißt einen oft ja raus, wenn die Stimmen so unterschiedlich sind, von der deutschen Synchro hin zu dem Lied, das sie dann singen, im Original, fand ich jetzt nicht erstörend. Also, das kann manchmal sehr krass sein, dass halt die Stimmen so unterschiedlich sind. Nein, das ist eigentlich gut. Aber es liegt auch oftmals daran, dass die Gesangsstimme von Menschen auch immer anders klingt als die Sprechstimme. Deswegen ist es gar nicht so schlimm. Gut, dann würde ich sagen, bevor wir uns jetzt hier komplett vergaloppieren. Haben wir. Nein, lese ich doch einfach mal. Den Pressetext. Den Pressetext vor. Der erfahrene Musiker Jackson Maine entdeckt und verliebt sich in die angeschlagene Künstlerin Allie. Sie hat ihren Traum als große Sängerin fast aufgegeben, bis Jack sie ins Rampenlicht drückt. Aber selbst als Allie mit ihrer Karriere durchstartet, bricht die persönliche Seite ihrer Beziehung zusammen, als Jack einen ständigen Kampf mit seinen eigenen inneren Dämonen führt. Ja, das ist eine sehr vage und generell für alle Filme, die in den letzten Jahren rausgekommen sind, gültige Beschreibung. Ja, was war denn so? Ich finde jetzt aber nicht gut, den Pressetext. Der trifft es aber jetzt einmal gar nicht. Nee. Was waren denn so unsere Erwartungen, unsere Erwartungshaltung? Ja, die waren schon sehr hoch. Ich meine, wie gesagt, du wurdest ja bombardiert permanent. Es gab ja da immer einen Ausschnitt und da einen Ausschnitt und da einen kleinen Fetzen und da Werbung auf Instagram und was weiß ich was. Also die Erwartungen, die waren schon sehr hoch. Ich meine, vor allem halt, wenn es dann halt heißt, gleich nach den ersten Sichtungen oder nach den ersten Aufführungen so eher Oscar-Kandidat und dann hast du da natürlich eine hohe Messlatte. Ja, ich habe den Trailer gesehen, den ersten, habe mich dann eigentlich recht zurückgehalten, was so die übliche Berichterstattung betrifft, habe auch keine Kritiken gelesen. Der Trailer hat mich halt angemacht, weil es einmal die Art von Musik ist, die mir persönlich halt auch gefällt. Also diese eher handgemachte Folk-Rock-Musik, die mich sehr anspricht. Dann hatte ich so den Eindruck auch schon aufgrund des Trailers, dass die Chemie zwischen den beiden passt und das ist ja, das ist A und O eigentlich. Also bei so einer Art Film, wo das Zentrum quasi zwei Menschen bilden, da muss die Chemie stimmen und wenn die nicht stimmt, dann ist der ganze Film nichts. Und da hatte ich den Eindruck, das passt und dann habe ich natürlich den Metascore im Auge gehabt und habe mir gedacht, mein Gott, muss das ein Film sein? Und ja, mit der Erwartungshaltung gingen wir dann rein. Und wie war denn so deine Stimmung, deine erste Reaktion, als wir dann rauskamen? Ja, es ist echt ein schöner Film. Ich habe im Vorfeld gelesen oder gehört, dass er wohl auch sehr traurig endet und dann denkst du natürlich, sei okay, dann läufst du dann heulend da raus, aber das ist dann nicht passiert, mag vielleicht auch daran liegen, dass ich lasse mich da auch immer so ein bisschen leicht ablenken, weil wenn ich dann im Kinosaal bin und da waren, ja, manche verwechseln halt leider so einen Kinonachmittag halt auch mit, ja, wir haben uns lange nicht mehr gesehen, jetzt müssen wir halt während des Films auch pausenlos reden und da waren einige Damen anwesend, was tierisch nervig war und gerade bei der Schlussszene, wo eigentlich dann die Dämme reißen müssten, sind sie bei mir nicht gerissen, weil ich halt permanent den eher Geschnatter im Ohr hatte. Und ja, sorry, aber. Ja, es gab eine Szene im Speziellen, die ich sehr dramatisch fand, wo dann die besagten Hühner hinter uns einfach nur gelacht haben. Genau, das war ja auch noch, oh mein Gott, das verstehe ich dann auch nicht, warum dann. Und dann dachte ich mir, weißt du, das macht dann die Stimmung kaputt, wo du denkst, okay, das ist jetzt also definitiv keine lustige Szene. Ist auch nicht gedacht. Also das erkennt auch jeder, dass das nicht lustig sein kann. Wenn dann die Hühner da zu gackern anfangen, hinten auf ihren Stangen. Ja. Aber ich hatte meine Gänsehaut und mir schnürzt den Hals zu, den hatte ich ganz woanders und das war halt relativ. Relativ am Anfang, aber wir wollen ja nicht spoilern. Ja, wir wollen nicht spoilern, aber das war wirklich, also für den Moment reicht es schon ins Kino zu gehen und dann kannst du eigentlich, ja, du kannst noch sitzen bleiben, aber den Moment muss man gesehen haben, das ist der Wahnsinn. Also was mich, also meine erste Reaktion war, also mich hat das Ende, ich lasse mich ja nicht so arg ablenken wie du, mich hat das Ende durchaus berührt, aber wie du schon sagtest, es gab während des Films auch genügend Momente, die mir ans Herz gegangen sind. Was ich finde, ein ganz, ganz großes Plus eben ist, ist die Chemie zwischen den beiden und die ist perfekt. Das liegt natürlich am Drehbuch, das liegt auch an den Schauspielern, das liegt aber auch an der Inszenierung. Das ist ein sehr, sehr gutes Zusammenspiel von allem, was einem die Beziehung dieser beiden oder die Chemie sehr gut näherbringt. Ich finde, die Beziehung zwischen den beiden, das gerät so ein bisschen ins Hintertreffen. Also wenn sie denn mal eine Beziehung haben, dann spielt ihr Alltag eigentlich keine, also dann driftet das natürlich schon so ein bisschen auseinander, das ist ja beabsichtigt. Ja, also verstehst du, man hat jetzt wenig, wenig, guckst gerade so skeptisch. Ja, weil ich, ob ich das auch so, ob ich das auch so empfunden habe, also ist natürlich beabsichtigt, weil sie ja einen anderen Weg einschlägt wie er oder dieser gemeinsame Weg, der wird dann nicht mehr gegangen und ja. Also sie haben keine, also nicht viel gemeinsame Momente so im Sinne von typische Beziehungsmomente, da gibt es nicht viele dann. Das gibt nur so Schlüssel-Szenen dann halt, wo dann wieder passieren, wo, aber ja, wie du schon sagst, es liegt auch an der Story. Wir haben jetzt noch gar nicht großartig erzählt, um was es geht. Und der Pressetext ist ja auch sehr nichtssagend, aber ich glaube, jeder, der jetzt im Vorfeld die anderen Filme gehört hat, die Beschreibung, weiß, um was es hier geht. Es geht um einen Star und es geht um einen aufsteigenden Star und Bradley Cooper spielt halt den Rockstar und sie spielt halt den aufsteigenden Star. Eine Kellnerin, schrägstrich, singt in einer Transvesti-Show. Das fand ich übrigens auch cool, dass sie es dahin verlagert haben, also in dieses schwulen und Transvestiten-Milieu, weil das ist auch nicht, muss man auch nicht machen. Das passt aber auch zu ihr. Das passt voll zu ihr. Muss man nicht machen, als Autor, aber fand ich erfrischend. Ja, vor allem, also die waren ja wirklich Zucker, die waren alle Zucker, also die einzelnen Damen, die waren super. Die waren cool, ja. Also das fand ich auch wirklich eine tolle Idee. Ja, und dann, was mir natürlich auch ganz gut gefallen hat, aber da werden sich die Geister scheiden, sind natürlich die Songs, zumindest die Folk-Rock-Songs und die Balladen. Die fand ich großartig. Wie gesagt, es ist ja so, dass die, da erzählen wir jetzt auch nichts Spoilerhaftes, glaube ich, wenn man erzählt, dass die Karriere von der Alley halt irgendwann war. Und dann mal ihren Lauf nimmt und ich sage es jetzt mal vorsichtig, auch der Musikstil sich so ein bisschen ändert. Das ist dann nicht mehr ganz so meins. Aber so die Songs, die sie da zusammen performen und so, die sind schon großartig. Wirklich, wirklich großartig. Und man muss halt auch sagen, also ich weiß nicht, ob es Menschen da draußen gibt, die nicht finden, dass Lady Gaga eine tolle Stimme hat. Man kann von ihrer Musik halten, was man will. Aber auch hier würde ich sagen, die hat so eine Bankbreite, auch musikalisch, die hat sich ja im Laufe der Zeit, ich würde jetzt nicht sagen immer wieder selbst erfunden, aber sie hat ja brutal viel ausprobiert. Und da ist ja fast für jeden irgendwie was dabei. Ja, ich meine, ich muss, ich habe sie ja auch zu Zeiten als Pokerface und Alessandro und mir ging sie wahnsinnig auf Keks damals. Und ich habe sie jetzt erst wahrgenommen, als ich auf Netflix diese Doku über sie gesehen habe und das war ja dann ihr letztes Album, das Joanne. Und es ist leider, es ist irgendwie auch so, weil ich habe mir dann sie auf Wikipedia nochmal nachgelesen, dass je mehr sie ihren Mustikstil geändert hat in die Richtung, die uns mehr gefällt, desto weniger erfolgreich waren ihre Alben. Also je mehr Disco und je mehr, die natürlich auch super produziert sind, braucht man nicht reden, die Videos sind der Hammer von ihr. Aber je weniger kommerziell sie geworden ist, desto unerfolgreicher wurde sie auch. Und deswegen glaube ich, da auch so ein bisschen ihre Absicht, auch im Filmgeschäft da, weil sie hat ja auch schon in diversen Filmen, sie hat ja auch schon in American Horror Story schon zwei Staffeln mitgespielt. Also sie hat eindeutig vor, da auch Fuß zu fassen. Da kommt ihr so ein Film natürlich gerade recht. Aber ich finde, sie hat auch in den letzten Jahren da ihre Stimme halt, ich glaube, dass sie da einfach auch nochmal ein bisschen Unterricht hatte, weil du merkst schon die Unterschiede von den einzelnen Alpen. Also sie wird wirklich immer besser und sie hat wirklich eine Wahnsinnsstimme. Aber ja, da ist schon die einigen, einige Zeit vergangen. Ja, ich finde, ja, wie sind wir jetzt da hingekommen? Ja, genau. Also ich finde, dass sie eine großartige Stimme hat. Wegen dem Soundtrack haben wir auch gesprochen. Genau. Da habe ich uns ja gespoilert, weil wir im Vorfeld den Soundtrack zusammen angehört haben. Das ist auch eine interessante Frage, die man mal an unsere HörerInnen richten könnte. Wie steht ihr denn dazu, wenn ihr wisst, es ist ein Musikfilm? Würdet ihr euch vorher den Soundtrack anhören oder nicht? Also ich bin ja der Meinung, dass man sich durch den Soundtrack, also unabhängig davon, ich bin sowieso der Meinung und das, glaube ich, sehen die meisten so, dass Musik, egal ob jetzt gesungen oder nur Score, also komponiert, dass die ganz anders wirkt, wenn man den Film schon gesehen hat. Das stimmt. Weil du halt die Bilder im Kopf dazu hast. Aber ich bin der Meinung, dass man sich halt auch spoilern kann durch Musik. Ich höre grundsätzlich keine Soundtracks vorher. Und du hattest halt begeistert den Soundtrack jetzt zur Star is Born mal eingelegt. Die Lieder waren halt schön, aber dann konnte ich irgendwie schon gewisse Sachen einfach raushören, wo ich wusste, okay, das nimmt jetzt filmisch, das ist eine filmische Referenz irgendwie und irgendwie konnte man sich halt denken, wo das einzuordnen ist. Das hat mich jetzt nicht massiv gespoilert, das nicht, aber so ein bisschen hat es mir schon was vorweggenommen. Und das, ja, aus freien Stücken würde ich mir so einen Soundtrack nicht anhören. Ich fand es jetzt nicht so schlimm, also weil einfach, ich fand es dann halt, wenn ich dann im Saal gesessen bin und ich habe gewusst, so okay, das ist jetzt das Lied und so, dann fand ich das, also ich fand es nicht schlimm und mir hat es so auch die Stimmung gar nicht versaut. Natürlich hat man am Soundtrack schon auch gehört, welchen Weg die halt gehen, beide und das hast du halt wirklich an der Musik auch gehört. Und ja, ich fand es jetzt auch nicht schlimm, dass man sich das vorhab, so ein bisschen zusammen denken konnte. Ja, nee, wie gesagt, schlimm war es nicht, aber ich selbst würde es nicht machen. Also da bin ich einfach, da ist dann der Überraschungseffekt da, wenn das noch nicht gehört hast und ja, deswegen hat mich jetzt nicht großartig, hat mir keinen Spaß verdorben, das nicht, aber das freien Stücken würde ich nicht machen. Ja, gibt es sonst noch irgendwelche, wie gesagt, die Chemie hat gepasst, die Musik fand ich toll, genau was ich noch erwähnen wollte, Kameraarbeit, wir haben vorhin über den Kameramann gesprochen, der hat sich, wie wir schon sagten, ja angenehm zurückgehalten. Es ist nicht so, dass der Film jetzt irgendwie eine Wahnsinnsbildsprache mit hohem Wiedererkennungswert hätte, aber was sehr gut funktioniert, finde ich, ist, als jemand, der auch schon mal auf einer Bühne stand, weil ich auch schon ein paar Jahre in einer Band gespielt habe, so dieses Gefühl, auf einer Bühne zu stehen. Dadurch, dass die Kamera sehr nah immer an den Protagonisten ist, auch auf der Bühne, es ist nicht so, also die Kamera oder die Regie widersteht, zum Glück, ins Publikum zu gehen. Ist mir das schon mal aufgefallen? Es ist nicht so, dass man irgendwelche Einstellungen aus der Masse des Publikums sieht, auf die Bühne und Jubel und Hände und Feuerzeuge oder so, sondern es bleibt immer auf der Bühne. Das heißt also, die Masse geht eigentlich genauso unter, wie man das auf einer Bühne auch empfindet, weil du siehst durch das Licht einfach immer nur die ersten Reihen und das andere ist dann so schemenhaft oder dunkel. Ja, es gab schon auch Auftritte, die waren am Tag, da hast du es dann auch schon gesehen und das fand ich aber auch, also das war Wahnsinn, weil du halt wirklich die ganze Zeit das Gefühl hattest, du stehst jetzt halt quasi daneben und spielst das Bandshow oder so, das ist Wahnsinn. Und was auch wirklich eine großartige Leistung ist und ohne jetzt da spoilern zu wollen, als sie das erste Mal auf die Bühne kommen, der Aufbau dahin. Ja, sie haben das irgendwie so gemacht, dass quasi die Musik, die zu spielen anfängt auf der Bühne, schon Teil ist der Montage quasi, wie sie überhaupt zum Auftrittsort gelangt, oder? Ist das so richtig? Also die Musik fängt an und man sieht noch ihre Reise sozusagen. Ja, das Konzert fängt schon an. Das Konzert fängt an, genau. Aber nicht die Musik, die dann zu dem Stück führt. Nee, aber das Konzert fängt quasi an und man sieht aber parallel ihre Reise zu diesem Konzert. Genau. Und auch bis hin zum Bühnenaufgang hinten. Und das baut so eine Spannung auf, fand ich. Und auch als sie dann zum ersten Mal auf die Bühne kommt, ist das auch so greifbar, ihre Nervosität und diese Spannung. Und wenn es dann halt aus ihr rausbricht sozusagen, dann fühlt man das auch. Also das ist echt sehr, sehr, sehr gut inszeniert einfach. Also dieses Bühnengefühl und leider, was heißt leider, das ist dann das auch, was uns dann glaube ich so in der zweiten Hälfte auch so ein bisschen gefehlt hat, weil das natürlich zunehmend wegfällt. So dieses, diese magischen Bühnenmomente, sage ich jetzt einfach mal, oder? Ja. Das heißt, das ersten, naja, vielleicht zwei Drittel hat man die noch häufiger. Das sind wirklich magische Momente, die mir wirklich ans Herz gehen. Liegt eben auch an der Stimme von, an der Wahnsinnstimme von Lady Gaga. Ja, Bradley Cooper im Übrigen auch, schlägt sich sehr, sehr wacker. Der hat jetzt nicht, er ist jetzt nicht der begnadetste Sänger vorm Herrn, aber ich finde seine Stimme passt perfekt in diese Genre. Also das ist so eine typische Rockstar, so ein bisschen leicht, leicht angesoffene. Passt ja zu seiner Rolle. Nee, der macht das auch gut. Also er stinkt jetzt nicht komplett ab gegen Lady Gaga. Das wäre, glaube ich, auch schlecht gewesen. Ja, gibt es denn, gibt es denn irgendwas, was dir nicht so gefallen hat? Oder wo du sagst, hat mich jetzt nicht so abgeholt oder hat mich gelangweilt? Gab es irgendwelche Längen oder? Ich fand ihre Synchronstimme nicht so gut. Ihre deutsche. Also, weil das hat mich, glaube ich, auch am Ende nicht so ganz abgeholt, weil diese Beziehung zwischen den beiden, ich an ihrer Stimme nie raushören konnte. Also diese Liebe, die sie miteinander, also die sie empfunden haben, ich meine, jetzt weiß ich nicht, ich meine, ist ja klar, die treffen sich, kommen zusammen, es ist die große Liebe, es ist ja auch eine Liebesgeschichte, ohne zu arg ins Detail zu gehen. Aber ich fand, ihre Stimme hatte immer so ein, ja, so ein, so ein, wie soll ich das jetzt sagen, das wirkte halt nie, als ob sie mit dabei, als ob sie teilnahm, also teilnahm. Ja, so ein bisschen distanziert. Genau, distanziert. Hat es immer ein bisschen geklungen, fand ich. Und das war halt dann auch gegen Ende und deswegen hat mich dieses, dieses Ende dann halt auch null abgeholt, abgesehen von den Hühnern hinter mir. Also, ja, das ist, weiß auch nicht, ich fand die nicht passend. Ich fand auch, dass die, also ich habe es jetzt nicht, ihre Synchronstimme als nicht so arg störend empfunden, aber mir ist es auch aufgefallen und ich weiß, was du meinst. Das wirkt so ein bisschen holprig. Das wirkt so ein bisschen, ähm. Als ob sie es auch nicht ernst meint. Naja, als ob, als ob der, also der, die Synchronsprecherin jetzt nicht so auf der Höhe wäre, also als ob die, also, das ist jetzt nur so ein ganz komischer Eindruck, den wir haben, aber also so ein bisschen dilettantisch, so ein bisschen nicht so profimäßig. Ja. Ja, also ob du jemanden zum ersten Mal ins Synchronstudio, nicht ganz so schlimm, aber wenn du jemanden ins Synchronstudio stellst und der ist halt nicht so, es gibt da gute und schlechte Synchronsprecher und das hat jetzt nichts mit der Stimme zu tun. Ich fand die Stimmlage okay, aber es war so die Art und Weise, wie Dinge gesprochen wurden. Ja. Ja, das wirkte manchmal einfach so ein bisschen holprig. Ich weiß nicht, aber ich weiß genau, was du meinst. Hat mich jetzt nicht so stark rausgerissen, aber passte insgesamt nicht so gut wie die restlichen Synchronstudio. Ja, weil es machte dann für mich diese Liebesgeschichte nicht plausibel, wenn du es nicht raushörst. Und das ist mir eigentlich nie so passiert. Normalerweise ist es dann so, dass du nicht auf die Stimmen achtest, sondern nur auf die Geschichte, auf die Dialoge und du dann denkst so, ja, also die Dialogzeile, die erschließt sich mir jetzt nicht oder die Geschichte an sich erschließt sie mir nicht und ich kann es nicht nachvollziehen. Und deswegen berührt es mich nicht, aber alles hätte mich irgendwie packen sollen und irgendwo muss der Fehler sein. Und dann kann ich nur, dann kann es nur die Stimme sein. Weiß auch nicht. Ja. Ja, ich weiß, ich weiß genau, was du meinst. Es hat mich jetzt, wie gesagt, mich persönlich hat es jetzt nicht so rausgerissen, aber das ist tatsächlich etwas, was mir auch aufgefallen ist, dass die Synchronstimme so ein bisschen deplatziert wirkt. So manchmal so ein bisschen, ja, off. Ja, so ein bisschen. Ja, kein Bock. Ja, aber ansonsten gäbe es da keine Ausweisung. Das Problem ist, wir werden den auch nie auf Englisch gucken können, weil wir verstehen dann Bradley Cooper nicht. Kein Stück. Aber ich glaube wirklich, dass der für den Film extra so spricht. Ja, das kann ich mir vorstellen. Weil ich meine, er ist ja auch nicht die überwiegende Zeit, aber ich glaube. Doch, schon. Betrunken. Betrunken, abtrunken. Ja, immer irgendwie drauf, genau. Da spricht keiner klar, also deswegen. Ja, wir sind beide, also wie gesagt, auch schauspielerisch haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt. Bradley Cooper sowieso, aber auch Lady Gaga macht einen hervorragend. Also die kann nicht nur gut singen, sie kann auch wirklich schauspielern. Ja, das ist jetzt wieder mein Problem. Vielleicht liegt es auch an ihr, vielleicht nicht nur an der Synchronstimme, aber manche Sachen. Kaufst du ja nicht ab? Kauf ich ja nicht ab einfach. Das ist. Ich finde schon. Ja, aber ich meine vor allem, wenn du halt dann das dann halt so raushörst, dass sie halt Probleme mit dieser Rolle halt einfach hat. Also ich glaube, die Rolle wollte sie auf jeden Fall, weil sie gewusst hat, was dahinter steckt. Weil ich meine, wenn du halt so wie A Star Is Born, du willst halt ein Star werden, dann weißt du auch, welche Rollen du nehmen musst. Und wenn du bei so einem Film Nein sagst, dann bist du ja völlig bescheuert. Und, aber ich glaube, dass sie manchmal die Rolle einfach nicht gepackt hat, also nicht tief genug gepackt hat. Und weil ich habe ja das einfach, also ich glaube, wir müssen jetzt aber auch so langsam echt zum Spoiler-Teil kommen, weil es gibt Details, ich kann das jetzt nicht so gut erklären, weil sonst müsste ich hier irgendwelche Szenen verraten. Aber ich würde auch noch eins sagen, was das unterstützt, was du sagst. Ich finde auch, dass die Emotionen, die sie rein, also in ihre Figur legt, wenn sie singt, das ist eine ganz andere Liga. Ja, genau. Also die kann unglaublich emotional singen, sodass ihr das vollkommen unter die Haut geht, wo du, was weiß ich, wo sie halt während des Singens anfängt zu weinen oder sowas. Und du ihr das voll abkaufst, dass sie da halt voll dabei ist und das hast du bei ihrer Figur nicht. Ja, es wirkt so ein bisschen distanziert. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zu unserem Fazit. Wem würdest du den Film uneingeschränkt empfehlen? Und wenn ja, wem? Was ist denn das für eine Frage? Jeder. Wenn jemand Musikfilme mag, dann soll er sich den auf jeden Fall anschauen. Ich meine, der läuft ja jetzt auch schon seit Anfang Oktober. Vielleicht habt ihr den eh schon gesehen und könnt jetzt im Prinzip die Sendung auch in einem durchhören. Wer mit Musik jetzt nichts anfangen kann, wer mit Lady Gaga nichts anfangen kann oder wer jetzt halt, ja, auch an Dramen oder Liebesdramen nichts anfangen kann, der soll dann halt vielleicht nicht, der sollte dann einen großen Bogen drum machen. Genau. Wer Musik mag, wer Dramen mag, der sollte auf jeden Fall reingehen. Also es ist, A Star is Born ist definitiv was fürs Herz. Dass, also die Musik, also wenn man die Musik mag, es schadet definitiv nicht, sie zu mögen. Ganz im Gegenteil. Es ist gut geschauspielert, es ist gut gefilmt. Und es ist vielleicht keine neue Story. Jetzt ist das Rad nicht neu erfunden, aber es ist ein altes Rad. Sehr, sehr gut neu interpretiert, wenn man das so sagen darf. Und ich finde auch eine ganz dicke Empfehlung. Und jetzt rein eben vom Stoff her, es ist genug Drama für eine Oscar-Nominierung drin. Und da werden sicher ein paar Folgen. Wie viel er gewinnen wird, weiß ich nicht. Müssen ich halt irgendeinen Song aus dem Film. Garantiert. Hundertprozentig. Also wenn Shallow das nicht gewinnt, jetzt schon, dann weiß ich auch nicht. Genau. Also wie gesagt, dicke Empfehlung von uns beiden. Für alle Freunde der gepflegten Schnulze. Das gepflegte Musik. Der gepflegten gesungenen Schnulze. Geht rein, guckt ihn euch an. Habt Spaß. Und für alle, die ihn schon gesehen haben oder ihn nie sehen wollen, die bleiben jetzt dran, bis nach unserem Spoiler-Alarm. Ja, wolltest du noch auf ein paar Szenen eingehen? Also man lernt ja diese Figur kennen, indem sie halt, sie macht irgendeinen Job, sie kellnert wohl, wobei man sieht sie immer durch irgendwelche Küchengänge laufen. Sie trennt sich am Anfang von irgendeinem Typen, der wohl irgendwas nicht schnallt am Telefon und findet Männer scheiße. Genau. Und dann tritt sie abends auch schon in diesem Travestie-Bar dann auf. Also parallel siehst du dann Bradley Cooper, wie er sein Konzert verlässt und irgendwie noch nicht genug Alkohol in sich drin hat und dringend nochmal weiter trinken muss. Und wie es der Zufall oder das Schicksal so will, treffen sie beide halt in diesem Lokal zusammen oder in dieser Bar. Er als Gast, sie als Sängerin. Und Bums, zwei Welten prallen aufeinander und sie verlieben sich sofort. Und ja, und dann geht das Ganze auch schon los. Ich meine, ich war da ziemlich überrascht, dass der Film so schnell in die Enge kommt. Weil normalerweise ist das eigentlich immer gang und gäbe, dass du halt so 10 bis 15 Minuten wird halt erstmal, wirst du so als Zuschauer dann immer so erstmal eingeführt in die Welten. Bums, zack, das geht gleich los. Und ich meine, es ist auch erfrischend. Ich meine, bei so einer Länge von zwei Stunden 16 auch okay, weil wenn man sich jetzt überlegt, der hätte sich noch mehr Zeit gelassen, dann wäre es ein drei Stunden Film geworden. Das kannst du ja auch den Leuten heutzutage nicht mehr zumuten, höchstens ist es Fantasy oder Science Fiction. Das habe ich mir auch gedacht, weil, also wie du schon sagst, mir fehlt am Anfang auch so ein bisschen was. Das ist aber jetzt eher, auf der anderen Seite, wie du erwähnt hast gerade, wäre der Film ja dann noch länger. Aber ich finde auch, dass ihr Hintergrund, also ihr... Seiner wird besser beleuchtet wie ihrer. Also seiner halt auch nur, also schon nebenbei. Ja, aber im Laufe des Films wird halt immer wieder was dazu erzählt, auch die Beziehung zu seinem Vater, wohl auch die Beziehung zu seinem Bruder. Und bei ihr ist es irgendwie so, sie ist wohl, sie ist einfach nicht auf den Mund gefallen, sie weiß, was sie will. Sie weiß, dass sie eine scheiß Nase hat, deswegen ist sie jetzt auch keine Sängerin geworden, weil irgendjemand ihr das mal gesagt hat. Und deswegen hat sie sich dann quasi, hat sie den Traum begraben. Sie lebt mit ihrem Vater zusammen, der irgendwie ein Limousinen... Limousinen-Service-Service fährt, genau. Ja, und das sind auch dann immer ganz süße Szenen, aber das ist auch, ja, also ich meine, je länger ich jetzt noch drüber nachdenke, es ist halt einfach so, dass ihre Welt null eingeführt wird oder dass du halt, du kriegst keinen Zugang zu ihr einfach. Und deswegen bleibt sie, das ist der Grund, warum sie auch so distanziert bleibt und du ihr halt jequelligere Gefühlsregung einfach nicht abkaufst. Weil manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass sie, das hat immer so geschwankt, je nach Szene, wenn sie zusammen auf der Bühne waren, dann hast du gespürt, diese Chemie, wenn sie zusammen gesungen haben, ah, okay, da ist wirklich Liebe. Sobald die außerhalb der Bühne waren, war das so, da wirkte sie immer so ein bisschen, als ob alles mit Kalkül wäre, als ob sie ihn auch so ein bisschen ausnutzen würde, sie liebte ihn nicht wirklich. Ja, ein bisschen distanziert. Ja, distanziert halt auch, auch wie sie mit ihm gesprochen hat und ich weiß nicht, du hast halt einfach keinen Zugang zu ihr bekommen. Und da gibt es ja dann eine Szene da, wo diese Mädels da gelacht haben. Ziemlich, ziemlich später, wo sie ja dann ja schon ein Star ist und sie bekommt ein Emmy und sie steht dann auf der Bühne und er ist... Grammy. Grammy, ein Grammy. Grammy, Emmy ist TV. Genau. Und er ist total besoffen und möchte ja eigentlich noch aufs Klo und ich denke mir noch so, oh mein Gott, es geht so dermaßen in die Hose. Im wahrsten Sinne. Und es ist im wahrsten Sinne des Wortes in die Hose gegangen. Also du siehst halt Lady Gaga auf der Bühne, wie sie sich für einen Grammy bedankt und Bradley Cooper steht völlig desillusioniert daneben, total besoffen und pisst sich erstmal in die Hose. Was für manche dann halt Grund war zu lachen. Wir fanden es sehr traurig. Ja. Und auch da die Reaktion, ich meine, ich fand es natürlich auch toll, aber sorry, das habe ich hier nicht abgekauft. Also wenn ich, ich würde einen Grammy bekommen und ich stehe auf der Bühne und mein Freund ist hackedicht und er steht neben mir. Entschuldigung mal, da wäre ich jetzt nicht Maria Theresia. Natürlich liebe ich diesen Mann, aber hallo, ich behandle ihn doch nicht wie so ein Baby. Und so, ja, ja, wird schon alles gut. Mein Gott, ey. Also was... Ich konnte diesen Typ Frau, der war auch irgendwie... Man könnte natürlich das Ganze jetzt erklären, dass keine Frau an diesem Drehbuch mit dabei war, weil kein Mensch würde sich so, also keine Frau würde sich so verhalten. Vielleicht liegt es auch echt daran, dass es die männliche Sicht... Ja, vielleicht. Vielleicht ist es Bradley Coopers Sicht von einer Frau, die er halt in ihr verwirklicht hat. Ich finde, was ihre Figur betrifft, was mich so ein bisschen gestört hat, ist, und du hast es auch schon erwähnt, deswegen hat, das hat mich jetzt auch in den Pressetext so gestört, da steht ja, dass sie den großen Traum als Sängerin fast aufgegeben hat, als Jack da quasi in ihr Leben tritt. Von diesem Traum habe ich nichts gespürt. Nö. Es hat ja jetzt nie... Also der Film vermittelt einem jetzt nicht, das mag vielleicht auch nicht seine Absicht sein und der Pressetext ist einfach scheiße. Also ich hatte nie das Gefühl, dass sie irgendwie jetzt auf Biegen und Brechen versucht hätte, eine Karriere zu starten und erfolglos geblieben ist und irgendwie einen Traum hätte, den sie aufgeben musste, sondern sie kann halt einfach gut singen. Sie tritt halt in ihrer Freizeit auf dieser Bühne auf, weil sie es sonst nicht schafft, aber das schien mir als Zuschauer nie ihr großer Traum zu sein, sondern mehr so ein Hobby. Und mein Eindruck war dann eher der, dass eben der Jackson Maine sie einfach so ein bisschen auf die Bühne gezerrt hat, weil er halt das Potenzial in ihr erkannt hat. Und ich finde, es kommt schon immer wieder mal so ein bisschen durch, vor allem in den Gesprächen mit ihrem Vater, dass sie das wohl schon länger irgendwie verfolgt. Ihr Vater sagt doch hin und wieder mal so Sätze wie, ja manche Leute sind gut und haben halt keinen Erfolg, er vergleicht sich doch gleich mal mit Sinatra und so. Also es kommt schon irgendwie, klingt so an, dass sie wohl schon länger versucht, da irgendwie Karriere zu machen, aber das kommt nie durch. Also das ist nie vordergründig, dass du irgendwie jetzt Mitleid mit dir hättest, dass sie jetzt irgendwie so ein gescheitertes Talent ist, dass sie es einfach nicht schafft, nach oben zu kommen. Das ist nie ein Gefühl, das ich hatte, sondern das ist immer so, die kann gut singen, macht das irgendwie so ganz nebenbei. Und ja, aber dass sie halt eine professionelle Ausbildung genossen hat oder halt auch Klavier und sowas spielen kann, das sind Dinge, die sind einfach da. Und deswegen kann man schon davon ausgehen, dass sie da halt schon in der Richtung was gemacht hat. Das ist etwas, was man nicht von heute auf morgen kann. Nee, kannst du auch nicht. Und das ist halt auch, also gerade dieser Gänsehaut-Moment, wo sie ja dann zum ersten Mal von Bradley Cooper auf die Bühne geholt wird, der ist ja eigentlich auch so ein bisschen absurd, wenn sie wohl mehrere Abende in diesem Transvesti-Club da auftritt, dann hast du keine Angst, auf die Bühne zu gehen. Also wenn jemand sagt, jetzt komm mit auf die Bühne, dann gehst du auf die Bühne. Du machst jetzt nicht erstmal so, oh nein, oh nein, oh nein, ich trau mir nicht, ich trau mir nicht. Ich weiß nicht. Nee, das hat nichts mit, also davon hat sie, glaube ich, davon hat sie keine Angst, sondern sie sagt doch auch irgendwie mal, sie mag ihre eigenen Songs nicht. Also um das ging es. Ja, wahrscheinlich. Okay, aber. Also sie sagt, also sie hat offensichtlich kein Problem, auf die Bühne zu treten. Sie ist aber halt auch ganz krass verkleidet und das darf man auch nicht vernachlässigen. Ich glaube, wenn du auf einer Bühne stehst und dich hinter einer Maske verstecken kannst, ist es doch noch was anderes, als wenn du halt ungeschminkt, in Anführungszeichen, davor gezeigt hast. Also das habe ich jetzt gar nicht so empfunden, aber so das, was dir der Pressetext jetzt hier verkaufen will, so dass das halt eine für ihren Traum kämpfende, bislang erfolglose Sängerin ist, das kommt nicht rüber. Nee. Gar nicht. Also ich meine, wenn es um ihn geht, das stimmt dann schon eher, weil er ist wirklich am Arsch. Ja, ich fand auch, haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, Sam Elliott als sein Bruder, im Übrigen wusste ich das nicht. Also es gibt eine, also Sam Elliott tritt in Erscheinung als sein Tourmanager, so hätte ich das jetzt mal gesagt, so ein Mädchen für alles. Auch erwähnt er seinen Bruder, also der Jackson, seinen Bruder des häufigeren, seinen älteren Bruder, aber dass das er ist, das war mir, da gibt es nur eine Szene, wo er ihn direkt als Bruder anspricht. Und das war für mich eine Überraschung. Ja, das stimmt. Also da habe ich jetzt nicht damit gerechnet, dass der das ist. Ich weiß nicht, ob das beabsichtigt war, ob das andere Leute schon von zehn Meilen riechen konnten. Aber ich fand es, also Sam Elliott ist großartig in der Rolle. Ja, das stimmt. Also es ist wohl ja auch so, dass diese Dämonen oder seine Dämonen, Jacksons Dämonen, ja jetzt auch nicht, dass das wohl am Vater liegt. Dass der Vater schon ein Säufer war und ihn schon als Kind mit, zu seinem Saufkumpanen. Und ja, es ist schon eine tragische Figur. Es ist schon eine tragische Figur. Und finde ich jetzt auch, was so seine Fehler betrifft und die Dinge, die er halt tut oder nicht tut, finde ich jetzt immer nachvollziehbar. Es ist nicht schön, aber nachvollziehbar, wie er sich verhält. Also das ist halt auch so ein gewisser Neid auch mal durchdringen. Aber das ist zum Beispiel halt auch, wenn sie dann halt ihre Karriere beginnt, was sich ja dann auch, das ist halt auch wieder dieser Moment, wo sie dann sich entscheidet, eine andere Künstlerin zu werden. Weil sie kommt ja aus dieser Folk-Rock-Ecke und sobald sie dann ihre Solo-Karriere startet, ist sie halt fast schon Lady Gaga. Also auch von den Songs her, das merkt man ja auch am Soundtrack, weil das ist dann völlig eine andere Richtung. Und dann wird es dann halt einfach nur zu, ja, gut gemachte Popmusik. Aber es ist ja auch, da gibt es auch gar keinen Dialog. Oder wo du sagst so, der Agent sagt zu ihr, ja, ich meine, das ist zwar schon toll, Folk-Rock, aber eigentlich solltest du lieber Pop machen, weil das die Leute lieber mögen, du hast halt mehr Chancen und ich sehe dich schon als nächste Madonna. Oder, weißt du, irgendwie, dass solche Dialoge sind. Also dieser Weg, den sie macht von dieser einen Art von Musik zu der nächsten, der ist halt einfach da, wird nicht begründet. Warum? Also, weil es muss ja einen Grund geben, warum sie jetzt auf einmal völlig andere Musik macht. Und jetzt halt auch mit so Hupfdohlen auf der Bühne steht und die lässt sie dann mal auf der einen Seite, lässt sie die mal draußen stehen, weil sie alleine auf der Bühne sein will. Und dann auf einmal nimmt sie sie wieder mit und das ist so völlig, weißt du, wie ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Es ist halt auch, man merkt schon, warum, also man merkt, dass ihr neuer Produzent und Manager, Agent, dass der halt maßgeblich dafür verantwortlich ist. Schon, aber da ist ja gar kein Dialog mit ihm. Ja, ja, aber man weiß nicht, warum. Auf Wienerstand oder so. Ja, bis auf wenige, ganz wenige Ausnahmen. Man merkt halt nicht, man weiß halt nicht, wieso macht sie das jetzt? Also es gibt schon so kurze Dialoge wie, ja, und ich will ich bleiben. Ja, das kommt schon hin und wieder mal vor, aber sie macht sie im Endeffekt nicht. Nee, macht sie nicht. Und ich glaube auch, das ist so der Moment, wo sie da diesen TV-Auftritt hat beim Alec Baldwin. Saturday Night. Ja, wo dann auch der Jackson, der Jack da zu Gast ist, das ist der Moment, wo halt er auch sie nicht wiedererkennt. Und das kommt ja auch mal durch, also im Laufe des Films, dass er sie halt sieht und sagt, wer ist das? Das ist nicht die Ally, die ich da in dieser Bar singen habe hören oder mit der ich auf der Bühne stand, sondern das ist jetzt irgendeine, ein Pop-Vehikel. Ja, aber es gibt auch, da hätte ich ja eigentlich mal so ein, also es gibt wohl diese eine Szene gibt es ja, wo sie dann in der Badewanne ist wo sie sich dann streiten, aber es gibt da zu wenig, weil sie entwickeln sich ja auseinander und eigentlich müsste ja sie ganz klar sagen, hey, okay, jetzt bin ich halt die Medienhure und ich nehme das jetzt einfach mit, weil ich es mitnehmen kann, weil die Zeit jetzt einfach reif ist und ich habe jahrelang drauf, das hätte eigentlich mal kommen müssen. Okay, ich habe jetzt jahrelang, konnte ich nicht auf der Bühne stehen, weil irgendjemand mal gesagt hat, meine Nase ist scheiße, was sie ja auch immer wieder thematisieren. Und jetzt habe ich es geschafft und jetzt ziehe ich das Ding voll durch. Egal, ob ich jetzt da musikalisch dahinter stehe oder nicht, das wäre dann authentisch gewesen, das wäre auch echt gewesen, weil im Prinzip alles andere, was sie ja da macht, ist ja nicht mehr echt. Höchstens dann wäre das mit dem Jack auf der Bühne nicht echt gewesen und das, was sie mit ihrem Popzeug macht, das ist das, was sie eigentlich will. Und da ist einfach keine, diese Figur, die bleibt einfach distanziert, sie bleibt glatt und das ist halt, und das ist glaube ich auch das, was ich im Vorfeld gelesen habe, weil es letztendlich nicht ihr Film ist, es ist sein Film. Und wenn du dann die Figuren nochmal so bis ins Kleinste halt zerzierst, dann merkst du auch, dass da einfach der Unterschied, dass sein Part der besser geschriebene Part einfach ist und sie bleibt einfach nicht greifbar, glatt. Du verstehst sie als Figur einfach auch nicht. Und das ist dann mein Problem, wenn dann zum Schluss sie ein Lied singt für den Tod, weil er stirbt ja jetzt, er bringt sich ja selber um, wobei auch das, wo ich mir dann wieder denke, so okay, der hatte jetzt, ich kann es halt nicht nachvollziehen, weil der hatte eine Therapie und in der Regel kommst du gestärkt aus einer Therapie heraus. So, und dann kommt ihr verschissener Agent daher und sagt, du bist ja schuld, dass das und das und das, also quasi, geh doch und bring dich um, so quasi, du bist ja eh nur das Klotz am Bein. Und er macht das dann auch noch, also er sagt es jetzt nicht direkt, aber so gibt es ihm zu verstehen, dass er sie ja ausbremst, weil wegen ihm geht es ja nicht nach Europa auf die Tour. und normalerweise, und der macht es dann auch, der bringt sich dann um und sie ist natürlich dann klar traurig, todtraurig, bla bla bla, aber dann singt sie halt dieses Lied und es berührt dich null. Mich hat es schon berührt. Mich hat es nicht berührt. Doch, sie hat, also er hat ein Lied für sie geschrieben, das sie dann am Ende quasi für ihn singt. Genau. Und auch hier wieder hat es mich halt allein deswegen berührt, weil sie einfach, wenn sie singt, so unglaublich ist er. Ja, aber wegen dem Lied, aber nicht wegen... Ja, stimmt schon. Ich finde auch, dass die, dass die, ich habe es eh schon im spoilerfreien Teil gesagt, dass die Beziehung zwischen den beiden mir zu oberflächlich ist zum Teil, dass ihre Wandlung halt eben nicht immer ganz nachvollziehbar ist, wie du schon sagtest, dass halt einfach, ja, das ist, wie soll ich jetzt sagen, ich, ich, als Musiker, ich weiß nicht, ob ich mich noch als Musiker bezeichnen darf oder als ehemaliger Musiker, ich kann diese Gedanken gehen jetzt vorzu, was, ab wann bist du nicht mehr du? Also, was würdest du tun für Ruhm und Anerkennung für Geld? Also, weißt du, was, 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 was muss da passieren? Ich kann das schon nachvollziehen, aber ich habe es ihren, ihren, ihren Weg nicht ganz nachvollziehen können, weil der Widerstand, den sie geleistet hat, sich so hinbiegen zu lassen, der war, der war kaum vorhanden, der war nur so andeutungsweise da. Und ja, das, was du jetzt gesagt hast, von wegen, dass ihre Figur halt da einfach schwächer geschrieben ist, das würde ich, würde ich so unterschreiben. Also, ich glaube auch, dass, dass sie jetzt einfach am Drehbuch liegt, dass man ihre Figur da jetzt einfach nicht genug, nicht genug Raum gegeben hat, um, um ihren Konflikt zu beleuchten, den sie wahrscheinlich hatte mit ihrem, mit ihrem Weg. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das so sang- und klanglos hingenommen hat. Es ist ja auch angedeutet worden, dass sie nicht immer mit allem einverstanden war. Also, ich glaube, da steckt Potenzial drin. Vielleicht steckt, liegt das Potenzial sogar auf dem Boden des Schneideraums. Man weiß es nicht. Vielleicht, ne. Ich kann mir schon in manchen Dingen durchaus vorstellen, dass es vielleicht da war und dann rausgeschnitten wurde, weil der Film dann doch schon über zwei Stunden geht. Ja, aber es macht, ja, wie gesagt, ist halt in dem Sinne auch schade, weil Lady Gaga halt auch eine starke Frau ist. Und, ähm, so verkauft sie sich auch die ganze Zeit. Und ich glaube ihr das auch, ähm, egal, was sie jetzt macht. Aber in dem Film, da wird ihr ja nicht gerecht. Nein. Leider nicht. Leider nicht, weil, ähm, wenn du halt einfach auch die ganzen Bilder und die Fotos, wo es im Vorab gab, das ist halt wirklich, da hat man sich schon darauf gefreut, sie halt auch mal anders zu sehen. Und auch gerade, ähm, also nicht als dieser Pop-Vamp, wie sie da immer so auftritt mit ihren platinblonden Haaren. Also ich fand das jetzt auch ganz toll. Ähm, ich hab das mit den Orangfarben zu sagen, hab ich jetzt nicht ganz verstanden, weil sie wird ja dann auch in dem Film gefragt, ob sie nicht mal ihre Haare färben möchte. Und, ähm, ja, alles bloß nicht blond. Und dann dachte ich, hm, wer hat das da jetzt da reingeschrieben? Weil im normalen Leben ist sie ja nur blond. Ja, eben drum haben sie es reingeschrieben. Ja, wahrscheinlich. Und, ähm, ja, und ich hab mich eigentlich schon auch auf eine andere Lady Gaga gefreut und die hat jetzt leider halt nicht den Raum bekommen. Weil gerade, also, ich glaube, den, am besten kann man sie kennenlernen, indem man halt diese Doku über sie schaut. Und das ist, also da hab ich zum ersten Mal Zugang zu ihr auch bekommen und seitdem respektiere und schätze ich sie halt auch als Künstlerin und, ähm, auch als Sängerin. Also. Ja, ich hab die Doku nicht gesehen, muss ich dazu sagen. Und finde sie, äh, als, als Person halt einfach faszinierend. Und, äh, ich werde mir die Doku vielleicht irgendwann mal angucken. Vielleicht gucken sie auch zusammen nochmal. Weil mich jetzt einfach die Person, äh, als solches interessiert. Also, wir haben eh schon mal im Vorfeld drüber gesprochen, dass, äh, ich einfach mir nicht vorstellen kann, aufgrund ihrer nach außen dargestellten Person, wie die tickt. Also, was die antreibt, wie die privat so ist. Ähm, ich weiß, dass du wohl sehr ehrgeizig bist. Ähm, musst du wohl auch sein, ja, wenn du so weit gekommen bist. Äh, aber ich, ich, ich weiß über sie als Person einfach so wenig. Und wenn der Film eines mit mir gemacht hat, dann, äh, hat er mich neugierig gemacht, wie Lady Gaga, äh, was, was die Frau halt antreibt. Äh, ich weiß nicht. Ähm, er hat mehr mit mir gemacht, um, um vielleicht, ähm, jetzt den Bogen zu nem, zu nem Ende zu schlagen. Er hat, der Film hat, hat viel mit mir gemacht. Also, ich hab, musste das ein oder andere Tränchen verdrücken. Aber, äh, wie wir auch schon gesagt haben, es hat viel was mit den gemeinsamen, äh, gesungenen Bühnenauftritten zu tun, die mir persönlich sehr nahe gingen, die sehr intensiv, äh, inszeniert sind, und auch unglaublich gut, äh, gesungen, äh, sind von ihr, von ihm. Äh, die harmonieren da einfach, äh, ganz, ganz tolle Gänsehautmomente. Ja, Wahnsinn. Also, vor allem halt, ist das wirklich die erste Hälfte des Films, die ist perfekt. Ja. Und leider halt die andere Hälfte halt nicht mehr. Und es ist, ab da die Wege halt auseinander gehen. Und da wird's für mich als Zuschauer nicht mehr greifbar, nicht mehr nachvollziehbar. Und dann ist auch dieses Ende für mich halt auch nicht mehr so traurig, wie es hätte sein sollen. Es ist ein trauriges Ende, aber es hat mich einfach nicht so gepackt. Und es ist, wie schon am Anfang erwähnt, ähm, dieses Shallow, wenn die zwei das auf der Bühne zusammen singen, da hab ich, glaub, innerlich mehr, äh, geheult. Oder da hab ich so einen dicken Kloß im Hals gehabt, weil das ist so unglaublich, dieser, dieser Musikmoment. Und allein dafür lohnt es sich schon, äh, diesen Film zu sehen. Ja. Also ich hab's auch nicht bereut. Und, äh, das ist der Wahnsinn. Ich hab's auch nicht bereut. Also all, all die Kritikpunkte, die wir jetzt angemerkt haben, die sind da. Es ist, äh, kein Film ohne Schwächen. Ja, nein, es macht den nicht schlechter. Ja, aber, äh, finde ich, relativiert dann auch so ein bisschen, ähm, dieses, ähm, also, beste Regie oder bester Film. Nee. Nee, glaub ich nicht. Also das ist, aber bester Song auf jeden Fall. Glaub ich schon auf jeden Fall. Ja, das ist, äh, wie wir schon, schon ganz oft auch bei anderen Filmen immer wieder mal gesagt haben, wenn dich der Film einfach abholt, emotional abholt, dann verzeihst du ihm ganz andere Dinge. Ja. Also dann, äh, wenn mich der Film jetzt von der Minute eins an kalt gelassen hätte, dann wäre ich schon wieder da gesessen und gesagt, oh, und das, und man muss das jetzt sein. Ja, genau. Also da gibt's bestimmt Punkte, die, an denen man sich da reiben kann, genügend. Aber da der Kern des Films mich, mich einfach berührt hat und, und mich mitgenommen hat, äh, konnte ich ihm all die Dinge, die wir jetzt so analytisch aufgedröselt haben hinterher, äh, konnte ich ihm, äh, verzeihen. Und das hat mich jetzt im Moment, äh, nicht abgetörnt, sodass ich keinen Spaß an dem Film gehabt hätte. Ja, ich mein, das ist jetzt auch nochmal mit einer Woche, ähm, ich, ich frag mich jetzt, wie wir jetzt vor einer Woche dann drüber gesprochen hätten, vielleicht hätten wir da nochmal anders. Emotionaler vielleicht. Vielleicht emotionaler und, ähm, weniger analytisch. Ja, das ist, das ist halt die Krux daran. Also wenn man so lange wartet, es hat Vor- und Nachteile. Also auf der einen Seite hast du, hast du genug Zeit, um die Emotionen eben sacken zu lassen und jetzt mal drüber nachzudenken. Auf der anderen Seite denke ich mir, äh, wenn's um Ersteindruck geht, äh, ist halt so unmittelbar danach immer das Beste. Naja. Aber vielleicht beim nächsten Mal wieder. Dann, äh, ja, gibt's denn irgendeinen Ausblick? Ah, Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody hab ich aber auch schon, also ich hab nur Schlagzeilen gelesen. Die ersten Reaktionen. Der Rami Malek, grandios, Film, weniger grandios. Äh, ist mir wurscht. Wann kommt Dark Phoenix? Kommt der dieses Jahr noch? Nein, der kommt als nächstes Jahr. Ach du Scheiße, schade. Wolltest du jetzt bis zu dem Film warten, oder? Nein, ich dachte nur, der kommt jetzt irgendwie bald. Nein, der kommt als nächstes Jahr. Schade, aber der erste Trailer, ähm, war schon draußen. Ja. Oder? Ja. Ich weiß nicht, also jetzt Bohemian Rhapsody, schauen wir uns Halloween an? Nein. Nein? Äh, First Man. First Man, ja, auf jeden Fall. First Man, also der neue Film vom, vom David Giselle, also der, äh, den von uns, äh, oder zumindest von mir sehr, sehr geliebten, äh, La La Land gemacht hat. Der, der kommt ins Kino. Ja, ja, ansonsten, äh, äh, fällt mir jetzt aber auch nichts ein, es gibt ja noch diesen, diesen, äh, Bad Times at the El Royale, der soll ja auch nicht so schlecht sein. Ja, aber ich glaube, das brauchen wir jetzt nicht mehr, äh, 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 fantastische Tierwesen. Fantastic Beasts, äh, genau. Ja, der läuft ja auch bald an. Ja, Mitte November. Bohemian Rhapsody kommt jetzt Ende Oktober ins Kino. Und, äh, First Man kommt Anfang November. Ich denke, da werden wir uns ja vor der Fälle vorher nochmal hören. Und ich, würde ich sagen. Ja, gibt's sonst noch irgendwas, was wir, ah ja, vielleicht noch eine, eine Serienempfehlung zwischendurch? Ja, und zwar, ich hab nämlich gestern auch schon, wo, nachdem wir, ähm, jetzt so Babylon Berlin abgesuchtet haben, mir auch überlegt, ob wir nicht einfach, äh, kurz das einwerfen sollten. Das wollte ich ja hiermit andeuten. Wolltest du das? Ja, siehste. Und zwar, also für alle, die diese Serie noch nicht gesehen haben, ich glaube, das ist das Beste, was ich jemals im deutschen Fernsehen gesehen habe. Und auch Kinofilme kann ich gleich noch mit dazu nehmen. Also es ist besser wie jeder Kinofilm, der jemals aus Deutschland gekommen ist. Es ist wirklich das aller, aller, allerbeste aus Deutschland. Ich weiß nicht, wie ich den Superlativen zurückkomme, aber es ist schon sehr, sehr gut. Also es ist der Wahnsinn. Ähm, wo könnt ihr es sehen? ARD Mediathek, noch besser geht's gar nicht. Aber nur die zweite, die erste ist schon raus. Ist schon raus? In der Mediathek, ja, leider, leider. Echt? Also ihr müsst jetzt, jetzt leider kaufen. Okay, dann geht ab sofort zum Mediamarkt, euer Vertrauens. Ja, kauft euch, ähm, Babylon Berlin. Erste Staffel, zweite Staffel könnt ihr eigentlich leider zukaufen, die ist auch schon draußen. Durchsuchten sind insgesamt 16 Folgen, also acht pro Staffel. Ähm, ich habe auch selten sowas atmosphärisch, also wieder meine Aussage, ich weiß nicht, ob es sich im Podcast schon mal gesagt hat, dir gegenüber schon ganz oft. Der deutsche Film oder deutsche Produktionen sind dann am besten. Mir hast du es gesagt. Sind dann am besten, wenn sie deutsch sind. Wenn sie nicht versuchen, irgendetwas Amerikanisches oder irgendwas anderes nachzuahmen, das sie leider viel zu oft tun, wenn sie deutsch sind. Und es wird ein deutsches Thema behandelt, es spielt in der Nachkriegszeit des Ersten Weltkriegs, Weimarer Republik, Berlin. Es ist lokal koloriert, es ist authentisch, es ist atmosphärisch dicht, es ist spannend, es sind großartige Schauspieler, fantastischer Soundtrack. Und Tom Tick war übrigens mitverantwortet, der produziert. Regie, alles. Fantastische Serie, ich war überrascht. Auch dieses Produktionsniveau, also dieses Geld, das da reingesteckt wurde, endlich mal. Ich auch, stimme dir vollkommen zu, ich habe aus deutschen Landen noch nichts Vergleichbares gesehen. Es gibt nichts Vergleichbares. Das muss keinen internationalen Vergleich scheuen. Gar kein Fall. Also es hat uns extrem gepackt. Wir haben gestern, glaube ich, nochmal vier Folgen durchgesuchtet. Fünf Folgen. Oder fünf sogar. Vor allem muss man überlegen, diese Folgen, die gehen 45 Minuten und die sind zack durch. Ja. Also das wird ja immer so angekündigt, das Ende der letzten Folge, da fängt dann so langsam diese Endmusik dann an. Und du denkst, das gibt es doch jetzt. Jetzt sind schon wieder 45 Minuten vorbei. Und die fühlen sich an wie fünf Minuten. Das ist der Wahnsinn. Also wie gesagt, also schaut es euch an. Sie hat keine Längen, keine Füller. Es ist spannend. Das ist politisch, politisch, es ist auch vor einem historisch, es ist zwar schon genügend Fiktion dabei, viele Figuren sind aber historisch belegt und auch der historische Hintergrund ist korrekt, sodass wir halt auch immer wieder mal oder ich zumindest mal auf Wikipedia das ein oder andere historische Ereignis nachgeschlagen habe, weil es mich gerade interessiert. Also das ist so, ich habe so ein bisschen Parallelen gesehen, also für mich zu The Crown, wo ich auch mich sehr unterhalten gefühlt habe, extrem unterhalten gefühlt habe, auf der anderen Seite halt so dieses Geschichte im Vorbeigehen. Ja, das ist Wahnsinn, ja. So ein bisschen das Gefühl hatte ich hier auch, aber hier haben wir so einen leicht filmnoirigen Kriminalfall. Ja. Und da stehen wir ja beide voll drauf und das war halt jetzt auch noch Berlin und alles. Es ist wirklich eine ganz dicke. Genau, also wenn sich jemand noch fragen sollte oder was für eine Gattung das ist, also es ist ein Krimi, aber in bester Rheinfrauen. Ja, es ist ein reinrassiger Krimi, aber mit ganz vielen tollen Figuren, auch sehr ambivalenten Figuren. Das mag ich ja immer, wenn jetzt nicht eindeutig hier der strahlende Held, der Held in strahlender Rüstung und hier der ganz Böse, sondern das sind sehr ambivalente Figuren. So was liebe ich, wo man eben nicht immer weiß, woran man ist. Also ganz, ganz toll geschrieben. Ja. Gibt auch ein Buch, auf dem es passiert, Der nasse Fisch. Das kenne ich leider nicht. Nein, ich auch nicht. Aber die Umsetzung ist es aus unserer Sicht sehr, sehr gelungen. Wirklich. Großartig. Ja, jetzt waren wir irgendwie begeisterter über Babylon Berlin als über Star is Born. Aber das liegt aber auch mitunter daran, dass wir Babylon Berlin gestern fertig geschaut haben. Und Star is Born ist einfach noch, es ist halt einfach eine andere. Ist ein schöner Film. Ist ein schöner Film, genau. Ist wirklich ein schöner Film. Nein, geht rein, guckt euch beides an am besten. Also Babylon Berlin zu Hause und Star is Born im Kino. Damit ihr spätestens bei den Oscars einen der Kandidaten kennt. Wißt du, wovon wir reden. Das wird so sein. Genau. Jo, dann würde ich sagen, geben wir das Wort wieder an euch. Wer uns Rückmeldung geben oder uns unterstützen möchte, der kann seinen Freunden von uns erzählen. Uns bei Twitter, Facebook oder YouTube folgen. Kann diese oder jede andere Episode kommentieren. Uns eine Nachricht schreiben. Uns auf iTunes oder panoptikum.io bewerten. Uns via Flatter unterstützen. Über unser Partnerprogramm bei Amazon.de einkaufen. Oder uns anderweitig eine Sach- oder Geldspende zukommen lassen. Des Weiteren, das Coolste, das Allercoolste hast du noch gar nicht erwähnt. Und zwar könnt ihr unseren Podcast nämlich jetzt auch bei Spotify hören. Ganz genau. Wir sind jetzt auch bei Spotify zu hören. Also alle, die uns schon abonniert haben, denen wird das wahrscheinlich egal sein. Aber wenn ihr anderen von uns erzählt und denen nicht großartig erklären wollt, was ein Podcatcher ist oder ein Podcast-Client, dann sagt ihr zu denen habt ihr Spotify. Sagen sie ja, alles klar, hier hört euch Kat an. Alle Links und Hinweise dazu, wie ihr uns unterstützen oder Rückmeldung geben könnt, findet ihr in den Shownotes dieser und aller anderen Episoden im Podcast-Client-Eures-Vertrauens und natürlich auf kat.exklamatio.de. Shownotes unterstützt Spotify übrigens nicht. Das ist ein Nachteil. Es gibt ein paar Nachteile. Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich wieder einmal fürs Zuhören. Ja, ist doch wieder über eine Stunde geworden. Sieh mal einer an. Ja. Und hoffen, dass ihr auch wieder... Schlimm? Nein, überhaupt nicht schlimm. Finde ich nicht. Und hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir was auch immer besprechen. Vermutlich wohl immer eine Rhapsody. Wenn wir reingehen. Ich glaube schon, ja. Ich glaube schon. Ich will reingehen. Bleibt uns zu halten. Okay. Bis zum nächsten Mal. Gute Zeit. Bis dann. Tschüss. 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 Vielen Dank.